bist soldat ich bin aus buchenholz geschnitzt und du pressspan platte wir haben die führung sprichst du habe ich mich erschrocken ja guck doch wie sie schon kämpfen die karte der mutter schießen doch ins gesicht wo denn schon mein abschnitt einer eigenen die mann ist mistig ich habe es doch von vornherein schon gesagt ich hasse diese scheiß er schießt will ist das ein vollidiot fällt mir schon wieder nicht viel ein wir haben die führung verloren ist so klar wenn man wieder hier wird doch nur gekämpft wir haben die feuerhoheit was mache ich da was mache ich immer das ganze magazin ja das ist einfach mal wieder wenn man die scheißpistole was mache ich da meine auch nicht ich stehe 1 2 3 das ist einfach da kann man schon wieder eigentlich die konsole direkt ausschalten mann älter jungen feindliche aufklärungsflieger entdeckt feindliche vorräte entdeckt unter bindet den nachschub es schmeckt einfach wieder vorzüglich was müssen mit dem kontrol feindliches mörserfeuer den zielbereich verlassen was ist nix die augen mir weg wie sollen du hast eine knusperre sette mehr hast du nicht diese scheiße Pistolette die Ziffern... ne, jetzt mit einer anderen Diese Scheiße! So Aufklärung in der Luft! Nett Wir haben die Feuerhoheit! Ja Well, jetzt gehts eigentlich mal wieder Ja, wenn man campt wie die anderen tun, dann siehts schon wieder Wenn man campt wie die anderen tun, wa? Wenn man campt wie die anderen, das tun Ich hab zwölf Stunden Arbeit Der verlässt manchmal mein Sprach-Wortschatz Oder wie es immer heißt Sprach-Wortschatz Ja, guck's dir an, Dicker, ich brauch gar nicht mehr quatschen Das war's auch schon mitbekommen Oh Lecker! Blech, zwei geholt Merkt fruchtisch frisch Oh Hast du auch mal wieder eingewollt, ja? Ja Drei, drei, vier, fünf Sechs Sieben Nein, und er kämpft da hinten auf dem Boden, er kackt einfach hin und holt mich weg, Alter. Was für eine Scheiße. Molly, schmeiß ich jetzt irgendjemanden in die Gesicht? Ja, war klar, ich hab den gesehen, wollte noch wegrennen. Ich bin so ein Affe, Alter. Boots, extreme Reichweite abgeschüttet, abgeschüttet. Freut mich, freut mich, dann gleich wieder eine Kiste öffnen, super, super, super. Nein, nein, Scheibenhonig. Verdammt, keine Monizierung mehr. Scheibenhonig, Alter, hast du da gesunken, oder? Ey, ich öffte die Granate an meinen Arzen an. Das war mal wieder so eine Lektion, aber da habe ich mich wieder ganz aufgeschüttet. Jankflieger ist bereit, bitte Angriff anfordern. Und zwei mit meinem Jankflieger geguckt. Stark. Lenkbombe für Mission bereit. So starkes Gesicht. Lenkbombe ist gedachelt. Ich bin tot, warum wenn ich bin, dann noch mal. Wenn ich so ein Semmelbrügel. Auch. Auch, ja. Turn-on, ich habe ihm das Turn-on seines Lebens gegeben. Wollen wir wetten? Na, er steht da und kackt auch in die Ecke. Mann, oh Mann, oh Mann. Das gibt es nicht. Ich speise eine Habs gerade an. Oh, weg. Ich habe ihn geholt mit der Granate, Dicke. Ja, super. Ich stehe lecker. Wo baller ich denn? Von wo? Mann, ich kack gleich aufs Sofa, Alter. Lenkbombe abgeworfen. Kacka, Dicke. Kacka. Also wirklich, Dicke. Mann, einen fetten Fernkämpfer. Ihr kriegt. Wie ein Mist, der oder schon wieder durch den Zaun geglotz hat. Oh Mann, ich habe auch einen dicken Fernkämpfer. Fernkämpfer, Vollstreffer, Königsstüter, Zeitag, Nahtod, Abschuss. Wo kam der denn? Was ist, ich glaube, der überhaupt nicht zugehört hat, ne? Ja, die vor allem in der Gesicht. Mann, ey, es reicht. Es, ich, ich fange gleich an, Prüfwürfel zu kotzen. Feindliche Fallschirmjäger haben uns umzingelt. Oh. Und das wieder zustande, also da kriege ich wieder einen Kotz, der jetzt was ist. Wie, wir haben trotzdem gewonnen, Alter? Was? Hol dir was zu essen und fähl dich aus. Du hast es dir verdient. 15, 15, wie schlecht das ist. 14, 12, auch nicht besser. Aber mein Geburtsdatum, genau mein Geburtsdatum. Alter. Dicke, wie schlecht. Dicke, wie schlecht.